Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ich weiß, jetzt werden wir gleich wieder viele meckern, weil es ist wirklich wieder so ein Pixel-Spiel, aber es soll wohl sehr Spaß machen. Ich habe kurz mal reingeguckt, das war ganz cool, konnte die Aufnahme aber nicht verwenden, weil mein Mikrofon scheußlich war, deswegen machen wir jetzt einfach nochmal. Ich habe halt 30 Minuten gespielt oder wenn überhaupt, deswegen machen wir jetzt den Anfang nochmal, aber ich habe verkackt beim Anfang. Da gehen wir einfach mal auf Spielen. Ich spiele auf der PS5, also nicht wundern, es ist ein PS4-Spiel, aber ich spiele auf der PS5. Der Anfang dauert ein bisschen lange jetzt. Ich habe es auf der externen Festplatte, also dadurch habe ich etwas längere Ladezeiten bei den PS4-Spielen als bei PS5-Spielen. Oder wenn ich es auf der internen Platte hätte, aber immer noch schneller als auf der PS4. So, Musik, ja genau. Also am Anfang ist es immer laut, wir können die Effekte um... das war alles so wie es ist. Spielen... Ja... Okay ich kann... Also bei mir ist es gerade etwas laut, obwohl ich es ziemlich leise gemacht habe. Ich hoffe, das ist nicht in Wirklichkeit so. Kann man denn nicht... ich mach mal noch die Effekte auch ein bisschen leiser. Wir nehmen uns jetzt erstmal... Nehmen wir uns jetzt erstmal die Steine. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Bären, Kieselsteine, Seil... So, aber wir sammeln erstmal noch weiter. Also... Kieselsteine... Ähm... Und... ... dann können wir hier nämlich handwerkszeug nehmen und wir brauchen hier können wir nämlich wieder schön kieselsteine auch die kriegen wir hier runter die palmen so und hier haben wir einen busch den mauer oma platt wir können doch krank werden okay 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 Oh, jetzt haben wir einen Affen. Den können wir nämlich mitnehmen. Wir können nämlich hier eine Handachst herstellen. Dann haben wir wieder eine neue Axt. Wir können ihm jetzt hier Gegenstand geben. Und dann kann er jetzt hier z.B. auch hier. Da kann man ihm dann auch beibringen. Dann lernt er auch und hilft ihm. Wenn er zwei drückt, können wir ihm was vorbeibringen. Und wir wollen jetzt erst mal ein Bett bauen. Und das bauen wir uns ein bisschen mal hier hin. Und dafür brauchen wir... Wir haben eine Rezeptur. Das war aber auch irgendwie... Wie war denn das jetzt? Wir können da die verschiedenen Farben nehmen. Ich lass mal ihn so. So... So... Wie war jetzt noch etwas Liebe, Angekl? Ich hatte oben da die Farben ja. Klar... Gratt уст wird das Wohnzimmer werden. Ja, das dann letztlich ist das Essen... Können sie den Affen hier oben anpassen, den wusste ich gar nicht. Und nochmal den blauen Affen. Können wir den Namen anpassen? Da fehlt uns Heu. Und hierfür, das haben wir zusammen, das können wir herstellen. Dann haben wir Heu hergestellt und weil wir Heu hergestellt haben, können wir das herstellen. Und können praktisch... Oh ne. Allzweck... Achso, das Allzweckwerkzeug wird benötigt, das habe ich noch nicht gebaut. Ist doch das Allzweckwerkzeug. Ja, ich habe vergessen, das auszurüsten. Oh, das geht mal hier an der Küste, so ein Affen. Dann bringen wir mal die Bären zurück. Seil zurück. Steine. Da wollen wir aber ein bisschen Platz haben. So, speichern oder schlafen. Speichern. Und da gibt es ein Trophäe. So, jetzt brauchen wir ein Feuer. So, wir haben dann... Was haben wir noch? Oh, guck mal. Jetzt kriegen wir gleich neue Sachen, die wir ja beigebracht kriegen. Ja, dann bohren wir mal hier das Feuer da hin. Ah, dafür brauchen wir Steinchen. Müssen wir nachher dann... Allzweckswerkzeug wird benötigt. Äh, was führt uns? Bären und eins davon, okay. Okay. Ja. 12 an 3, mir fehlt Kokosmesser, okay. Dann gehen wir hier halt hin. Dann gehen wir hier hin. auch nicht schlafen auch nicht schlafen Das Eizbergwerkzeug ist jetzt nicht nur zum Sachen herstellen, sondern auch zum kochen. Ekelhaft. Okay. Okay. Das haben wir noch nicht. Das haben wir. Da haben wir Viere. Bären haben wir. Aber ich habe noch nicht diese Schaden. Das haben wir auch noch nicht. So, was haben wir denn noch was herstellen können. So, ich mache mal das Sicherheitshalber nochmal. Und. So, was das hier ist. Ich mache jetzt nämlich erstmal ein paar Steine, solange bis das Werkzeug hier kaputt ist, dieser Hammer. Weil beim letzten Mal ist es mir so gegangen, da hatte ich keinen Hammer mehr. Und konnte keine Steine mehr, um mir so einen Hammer herzustellen. Und das ist dann halt natürlich nicht so von Vorteil. Deswegen habe ich jetzt ein paar hergestellt. Ich brauche auf jeden Fall ein Lager irgendwie. Ach, hier haben wir doch. Kleine Truhe. So, was brauchen wir? Holz haben wir. Ja, wir brauchen eine Strecke. So, wöch Also, wir müssen dasING innen. So, das ist ... Wir"... Ah, schön. Aber ich warte mal ab, was wir noch brauchen. Wir machen ja mal... Mittlere Truhe. Ah, da haben wir noch nicht das Holz dafür. Was haben wir denn hier? Oh, Kohle haben wir. So. Wir haben hier einen Tisch. Kieselboden. Ach, scheiß, was ist denn Kieselboden? Was haben wir hier? Strohwand. Ja, warum jetzt nicht? Leichtes Bett. Das können wir noch nicht herstellen. Stuhl, Tisch können wir herstellen, aber ich hatte wenig. Können wir auch noch nicht herstellen. Okay. Okay. Ach, guck er an. ein stein fehlt uns. naja dann machen wir gleich mal hier ein paar steine kaputt. was ist denn eigentlich wenn ich hier diese kleinen steine kaputt mache? ach habe ich nicht. shit. okay dann wollen wir mal gucken was können wir denn noch herstellen, dann fehlt uns was. dann werden wir das mal hier öffnen provisorische schüsseln naja ein trofee erhalten, was soll denn das überhaupt sein, das ist ein werkzeuggriff, eine fackel. ach da brauchen wir vier mal einen eingriff, den eingriff haben wir, zwei mal haben wir, aber die kohle haben wir noch nicht, gehen wir mal hier rein, dann bringen wir mal die kohle weg. wir können eigentlich jetzt hier soweit alles herstellen, was haben wir hier? steinbrocken. wozu ein steinbrocken ist, ich habe keine ahnung, aber das wird sich dann früher oder später noch rausstellen. aber ich könnte noch besseres werkzeug vertragen. wir gehen jetzt erstmal hier hin. wir brauchen holz und milch jetzt ganz viel noch für das lagerfeuer und so. holz wir gehen Irgendwann kann ich da auch mal in die Höhle rein, da braucht man halt eine Fackel, also hier unten in die Höhle, so, Aktion des Spielers imitieren. Oh, ne Trophäe! Hier! Oh, ne Trophäe! 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 ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ich warbungen, was ich? Okay. Oh, oh, oh. Sollten wir nur warten, bis der Jünger mal antanzt. Oh, Mama, sie hat doch schon nicht fest. Ich bin nicht auf den Affen angewiesen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Klausige Schaufel. Geil. Können wir jetzt hier schaufeln? Schlamm. Ah. Können wir hier schaufeln? Schlamm. Okay. Ach, warum springt da mein Handy da immer an? Ja. So. Ach, wir haben beraten. Und gehen Platz mehr frei. Ganz toll. Ach Gott. Ledermausflügel. Aber wo ist unser Affe hin? Komm her du. Habe ich denn wenigstens was abgezogen? Nee, habe ich nicht. Oh, da hauen wir mal lieber ab. Das war ich mir zuerst. Okay. Oh Scheiße Wo ist der Affe? Scheiße Ach Na Gott sei Dank habe ich mir welche beiseite gepackt Ach wir haben auch Cola Ich habe auch nur diese lausigen Werkzeuge Ich bin nicht mal so weit weg von meinem Lager Ich bin nicht sicher Ich bin nicht total Ich bin nicht sicher Spieler folgen. Wozu wir die denn irgendwann mal brauchen, die einzelnen Sachen? Keine Ahnung. Aber erstmal haben wir einige Sachen. Ah, die können wir gleich alles mit Mal machen, ordentlich schlecht. Ach, Gott. Pfff. Kasek on it, startend. I mean, what we should do? Down. I need the them. Ich hab hier noch Scharniere. Na ja. Oh nee, mir fehlt ein Strick. Das ist mein letzter Strick, da müssen wir mal gucken, wo wir hier eine Stricke herkriegen. Ach ja, ich brauche wieder dieses Eiswerkwerkzeug. Oh nee. 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 Wir holen hier nur Schlamm raus. Kommt doch nicht mehr. Ah. Wenn es länger dauert, kriegen wir auch mehr raus. Okay. 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 Ja, dann brauchen wir das Feuer nicht die ganze Zeit anlassen, um Kohle zu kriegen. Dann können wir das irgendwie so machen. Okay, also dann haben wir das schon mal. Da brauchen wir, das haben wir jetzt also ja, die wen Sachen. Das haben wir auch. Stahl haben wir noch nicht. Eine Werkbank, oh ja. Okay, also da brauchen wir, ah Mist, ich brauche Strick. Ich habe meinen ganzen Strick. Was brauchen wir dafür? Fünf davon, fünf davon, okay. Okay, also wir haben, was wir herstellen können, das. Da brauchen wir aber Strick. Und was brauchen wir dafür? Ach, dann brauchen wir diese, okay, warte mal. Ah, quatsch. So, jetzt brauchen wir das. Aber hier klappt es nicht, wenn man hier drauf gedrückt hält, dass man da mehrere herstellt. Und wer weiß, was wir mit der Werkbank denn Schönes machen können? Da bin ich schon wieder 44 Minuten dabei. Aber ihr seht selbst so ein Pixelspiel, was jetzt eigentlich nicht viel Grafik hat und wo sich ja mal viele von euch beschweren. Aber es gibt halt nicht so viele Triple-A-Titel, die man anzocken kann. Im Kommentar kommt ja nichts. Aber selbst die können Fesseln sein. So, das haben wir. Jetzt haben wir das, da brauchen wir Steine für. Einmal, achso, da müssen wir jetzt Steine erstmal wieder rausholen, ja? Alle 20 Steine raus und da brauchen wir vier Stück, brauchen wir davon. Oder? Was waren wir? Vier Stück? Vier Stück, genau. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, müssen wir aber... ...weil ich jetzt so viel ausgeben habe für die Steinplatten zum Herstellen. So, jetzt haben wir wieder hier noch Steine. Was waren dort noch? Diese Holzdinger waren es. Äh, da. Da brauchen wir nämlich auch Strick und Holz für. Und wir brauchen das alles Werkzeug wieder. Und? Achso, nicht. Fünne. Da brauchen wir. Okay, Entschuldigung. So. Fertigen. So. Achso. Guck mal an. Uiuiuiuiuiuiui. Wir können eine Axt herstellen. Och, endlich. Was brauchen wir? Einen Griff, äh, ein Stein? Was soll das hier? Den Griff nehmen wir raus. So, jetzt haben wir eine lausige Axt. Damit können wir lausige Bäume machen. So, aber. Rezept werden. Was haben wir denn hier noch schönes? Ach, guck mal. Wir haben eine lausige Spitzhacke. Buchen wir den Griff. Oh, da müssen wir aber viel... Die Spitzhacke wäre natürlich nicht schlecht. Die wären wir natürlich... Und was haben wir hier? Lausige Schaufel. Was haben wir hier oben? Zum Jagen. Das können wir immer noch machen. Aber erstmal... Und das... So, da brauchen wir... Hinzufügen. Wir brauchen zweimal davon, einmal davon. Okay. Ähm... Ach so, da fehlen noch Steine. Gut. Oh. Ach so. Ach, holz geht... Ah, holz geht uns. Was ist das? Da bin ich mal gespannt jetzt. Oh, guck mal an. Gehen auf jeden Fall weniger Steine drauf, weil... Gehen auf jeden Fall. Oh, das ist einfach ein Problem. Oh, guck mal, die nutzt sich kaum ab. Okay, geil. So, jetzt testen wir gleich mal die Axt. Wir haben ja jetzt auch eine lausige Axt. Oh, guck mal. So, am I on die Band? Warum am I essen? Okay, also daraus kriegen wir denn das? Okay, alles super, alles super, alles super. Gute Abend auch, okay? So. So, den Griff kann ich hier herstellen. Das ist ja, was ich bin. Oh, guck mal. Okay. So, wenn dir das? Okay. Okay. So, ich muss... So, dann machen wir mal hier, entzufigen, 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 und dann halt das Handwerkszeug herstellen. So, dann geben wir mal das weg, die lassen wir drin. Die Achse lassen wir drin, die lassen wir alle drin. Abbrechen, Rezept hinzufügen. Okay, oh, jetzt können wir hier auch die Lattenroste herstellen. Aber erst mal das herstellen. So, hinzufügen, den Stab, hinzufügen, und dann eine dunkle zweimal. Hier hinzufügen, fertigen. Ich denke mal, dann kommen wir Pfeile, dass wir Pfeile herstellen können. Dann können wir uns auch wehren. Jetzt können wir auch an die Grenze gehen. Okay, endlich. Mal zupfeln. Ja, seht ihr, da haben wir dann Pfeile, aber wir wollen ja hier so ein Ding herstellen, hinzufügen. Ah, da fehlt uns dann. Rezept herstellen. Was fehlt uns da? Da fehlt uns Holzstab. Holzstab. Metall. Ah, seht ihr, Metall haben wir noch nicht. Also das können wir noch nicht herstellen. Holzkeule. Ah, da stellen wir eine Holzkeule her. Dann haben wir wenigstens noch was, wo wir uns wehren können. Ich will nämlich hier unbedingt noch ein bisschen buddeln. Ich glaube nicht hier noch Zeug, ah shit. Ich habe hier noch Platz. Machen wir schlafen und speichern. So, jetzt brauchen wir erstmal hier ein Rezept. Eine Schüssel haben wir Kokosnüsse, weiß ich nicht. Mal gucken. Was haben wir denn noch Kokosnüsse? Ne, aber nichts, oder? Na doch, drei Stück. Ja. 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 Oh, 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 oh. Oh, das gab doch schon mal gut Energie. So. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal beenden. Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Ich wollte eigentlich nur ein kleines Angezockt machen. Aber ihr habt gesehen, selbst auch wenn es ein bisschen Pixelgrafik ist und so, es kann sehr fesselnd sein. Es kann sehr fesselnd sein. Es macht Spaß. Man muss ein bisschen strategisch ran gehen. Ich habe jetzt eigentlich alles so weit voll, damit wir jetzt mehr abbauen können. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir uns noch irgendwie weiter vorwagen und Metall kriegen. Dann vielleicht irgendwie Metall schmelzen können, um besseres Werkzeug kennenzustellen. Und dann können wir uns so ein Haus bauen und so. Mal gucken, was da alles noch freigeschalten wird. Da ist ja noch ordentlich Platz nach oben. Ach so, guck mal, wir haben ein Flos gekriegt. Segel zu anderen Inseln. Ach, wir können zu anderen Inseln segeln. Da brauchen wir ein Segel. So, wir haben eine Werkbank. Und was haben wir hier? Schmiede. Steinbrocken. Da brauchen wir Steinbrocken. Und Schlamm. Schlamm haben wir. Aber wo kriegen wir diese Steinbrocken her? Mal gucken. Hier haben wir doch Steinbrocken. Scheiße, ja, warte mal. Das machen wir noch schnell. Holz, ach nee, Holzkäule brauchen wir. Wir müssen uns ja verteidigen können. Aber das kann weg. Das kann auch weg. So, wie viel brauchen wir denn dafür? Zack. Zack. Okay. So, achtmal Schlamm in der Gelbe. Davon haben wir aber nur dreimal. Mal gucken, was kriegen wir hier raus? Ist der Schlamm? Ah, das ist der dunkler. So, hinzufügen, haben wir voll. Jetzt brauchen wir 16 von diesen Steinplatten. Ahem. Ahem. So, das ist eine Schlamm in der Schlamm. So, die Ritualisierung ist das nicht. Aber dann wird das Schlamm in der Schlamm. So, wie die Ritualisierung? So, ich bin jetzt. So, die Ritualisierung ist das Schlamm. So, die Ritualisierung ist das Schlamm. Das war's für heute. Schatzkiste was? Schatzkiste 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 So Schatzkiste 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 Also man darf halt nicht jetzt stuh danach reden, dass man halt, ich brauche nur so und so viel, immer mehr machen, weil was ist, wenn das Werkzeug kaputt ist, mit einem einfachen, was nun? Die Welt wurde wieder aufgefüllt. Mit was? Ach so? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Welt einfach so einmal aufgefüllt wird. Okay. 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 Ich bin schon über eine Stunde, ich wollte eben schon aufhören. Okay. Wir können Steinplatten herstellen. Okay. 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 Okay,agedsc caution. So, also wir können auch ein Segeltuch herstellen. Ah, dann fressen wir schnell noch was. Das ist verreckig hier noch. Gut, ich werde so oder so verricken, ich habe nichts mehr. Ich habe keine Kokosnüsse mehr, ich habe auch keine Beeren mehr. Keine Kokosnüsse, keine Beeren. Also ich muss mich, beim nächsten Mal muss ich mich auf jeden Fall mehr auf, ich habe jetzt so alle, dass ich das Wichtigste herstellen kann. Ich muss mich dann erstmal um Nahrungsmittel kümmern. Oh shit, hier fehlt ein Haufen Zeug. Aus dem Teufelskreis komme ich glaube ich nicht mehr raus. So, ich muss mich dann auch nicht mehr rauskennen. So, ich muss mich, dass ich das nicht mehr rauskennen kann. So, ich muss mich, dass ich das nicht mehr rauskennen kann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, das war Recken nochmal abgewindet. So. So. So können die halt beim nächsten Mal dann ordentlich weitermachen. Das ist halt, ich hab halt so viel Zeug bei. Aber beim nächsten Mal werde ich mich dann, also das werde ich dann halt nicht aufnehmen. Vielleicht machen wir das im Stream nochmal, das Spiel. So, naja, das Werkzeug braucht man nicht, um was zu bauen unterwegs. Okay, wollen wir nichts bauen. So. Dann haben wir einen Spaten, eine Axt und eine Keule. Ja, dann haben wir die Plätze. Müssen wir demnächst noch was herstellen. Wir müssen uns definitiv drauf konzentrieren. Dann können wir da dann Bären sammeln und sowas alles. Damit wir hier vorankommen. Ich hab mich jetzt nur die ganze Zeit nur auf das ganze Zeug konzentriert, dass ich halt nicht drauf geachtet habe, was ich noch brauche. Also an Lebensmitteln. So, wir haben insgesamt 73 Trophäen, äh, 43 Trophäen, ich habe sieben Trophäen jetzt gekriegt. Insgesamt, also bin bei zehn Prozent. Platin hat's auch, interessiert ja auch viele. Ist ein schönes Spiel, würde ich sagen. Äh, auch wenn viele immer über diese Pixel-Grafik meckern, aber ich finde, selbst so eine Spiele, wenn sie gut gemacht sind wie dieses jetzt, ähm, können sehr fesselnd sein und ruckzuck hat man da mal, ja, fast eine Stunde, 20 Minuten weg. Das ist ruckzuck erledigt. Ähm, wir sehen, hier haben wir auch eine Frau, entweder können wir auch hier schlecht Frau sein, oder wir kriegen noch eine Frau dazu. Wir können ja auch zu anderen Inseln, mal gucken, wo es da noch hingeht. Ich bin jetzt erstmal weg, ich wünsche euch was, hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal. Ahoi. Achso, wie gesagt, ich spiele auf der PS5, ähm, ist aber ein PS4-Spiel, ich nehme mit einer hohen Bitrate auf und so wie ich es hier gespielt habe, lade ich es zu YouTube hoch, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis dran seid. Ich mag kein Intro, kein Outro. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Das hat euer Odin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.